klasse sendeturm an diesem sendet in der nähe des sendeturms soll irgendwie die zahlenkombination sein ich denke mal da müssen wir noch ein level weiter gehen oder ist das schon ein neues level weiß ich nicht hier musste man durch warum komme ich da nicht durch ich weiß doch dass man da durch muss hey du gibst keiner lang sagt gesicht du gibst mir keinen alarm hier warum komme ich denn nicht durch das schweizt au warum komme ich denn nicht durch das tor oh man macht dieses scheiß licht aus ich bin ganz sicher dass ich durch dieses tor muss warum komme ich da nicht durch wahrscheinlich muss ich den generator ausmachen drin damit da kein strom mehr drin ist würde ich jetzt mal denken es ist ein gehe ich einfach mal wieder rein einfach wieder reingehen ganz dreist so in den keller anscheinend sind die gegner zum weit wie oft soll ich den denn noch du kannst mich mal ich gebe überhaupt nicht auf ich mache jetzt hier den strom aus sagt gesicht zu früh gefreut dass die nicht wieder kommen aber musste zucker denn rein nachkommen das gibt es denn nicht ich weiß doch dass er hier hin muss da steht was bevor sie auch noch daran denken zucker in diesen benzintank zu schütten damit ihre kleine süße am elektrischen zaun vorbeikommt denken sie an das schicksal von sergey puttken dessen sehr gewissenhafter freundin anja im jahr morgen nachdem er den generator supportierte um sie auf dieses gelände zu schmuggeln ein tränenreiches geständnis machte das war doch die mit der hose machen sie sich bewusst dass sie dass die würmer die haut von seinen feigen und patriotischen knochen abnagen sie auch für mich von hinten anzugreifen so jetzt will ich hier wie viele sind denn da mann 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 dieser die 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 Kombination. Ich probier, guck einfach mal oben nochmal. So, geht's hoch, hier geht's hoch. Jetzt. Hier geht's nach oben. Äh, da ist das Safe. Nein. Das Safe ist aber hier. Nein. Hier ist das Safe. Ja. Oh, ich hab die Kombination immer noch nicht. So ein Scheiß. Ja, dann ist wieder zum Fenster raus, würde ich mal sagen. Jetzt ist der Strom für den Zaun abgeschaltet. Das ist schon mal gut. Dum dum dum. Ah. So. So, hier ist der Sendemast. Dann ist hier doch auch die Zahlenkombination drin. Bitte nicht wehtun. Bitte. Solange du nichts sagst. Hier, ich lass dich schlafen. Hey, seid für eine Siesta. Ja, genau. Seid für eine Siesta. Ach, Mann. Hier hat sogar, hat sogar Pistolenmunition dabei. Achtung. An das gesamte Personal. Da die Sterblichkeitsrate durch Unfall oder Quasiunfall im letzten Monat um 2% gefallen ist, werden alle Soldaten zur Belohnung an jeden Abend dieser Woche eine Exo zum Kohlsuppe erhalten. Super. Macht weiter so und bald werdet ihr so viel Kohlsuppe haben, wie ihr nur essen könnt. Cool, super. Juhu. Kann ich den wegtragen? Cool, ich kann den schlafend wegtragen. Damit ich an diese Schubkleider rankomme. Ja, die Kombination lautet, ja, ich wurde nach Moskau gerufen, um einen besonderen Tribunalteil zu nehmen, dessen unpatriorische Bürger in Regierungspositionen ausmerzen soll. Ich habe das streng geheime Dokument, über das wir gesprochen haben, im Wandtresor meines Büros hinterlassen. Das Büro befindet sich im dritten Stock. Bitte bringen Sie das Dokument wieder zurück, wenn Sie fertig sind. Ich möchte nicht, dass es in falsche Hände fällt. Juhu. Dann kann ich jetzt zurückgehen. Ach, jetzt muss ich mir wieder an der Wache vom Ballen. What? Och, nö. Wo habe ich denn gespeichert? Ähm, das Neueste ist... Ähm, er hier. Ja. Jetzt muss ich das nochmal machen. Äh, heute bin ich müde. Ja, man, wieso muss er immer davor liegen? Ja, Kombination lautet blablabla. Speichern. So, wo war der gerade hier drin, ne? Ja, da. Na komm, geh weg. Warum steht er da so dumm rum? Oh, Mann. Ja, das war ja geschafft. Das war ja geschafft. Also, jetzt wieder auf dem Klo. Und rein, rein. Mist. Mann, das gibt's noch nicht. So ein Scheiß, aber... Hat mich der Letzte erwischt. Hab ich den nicht gesehen, ne? Ohne, dass er zum Zug kommt, schnell durch. Aber jetzt muss ich auch noch in den dritten Stock kommen, mit so wenig Leben. Ja, ich bin falsch gelaufen. So, jetzt muss ich das automatisch speichern nehmen. Genau. Hallo? Du kannst nicht entkommen. Ich entkomme aber gerade. Wo bist du? Nein? Falsch gelaufen. Ah, ich bin schon beim Tresor. Mann. Mama Popkins Rezept für Hering im Pilzmantel. Das ist das geheimnisvolle Dokument. Ja, da habt ihr noch ein tolles Rezept zum Nachkochen. Dafür den ganzen Aufwand. Also das war's jetzt ja nicht wert. So, dann spring ich mal wieder aus dem Stock raus hier. Und kann endlich weitermachen. Denn ich hab hier... Ja. Das ist alles gemacht. Hier war ich drin. Schläft er noch? Nö, da arbeitet ganz weiter, als ob nix wär. So, hier ist jetzt schwierig durchzukommen. Das weiß ich noch. Hier, komm, schlaf mal wieder ein. Halt die Fresse. Er hat auch das Licht wieder angemacht. Mist. Renn ich nochmal einfach durch? Oder... Ich weiß es doch nicht. Juhu, Verbandszeug. Danke. Danke, lieber Wissenschaftler. Verdammt, aber ne Kamera. Ich hoffe, die hat mich nicht... ...gesehen. Warte, die schalte ich aus. Die ist zum Glück ausgeschaltet. Jetzt ist gut. Kann ich da durch? Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Verdammt, hier ist nix drauf. Wo kommt der denn her? Man, oh 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 man. Jetzt weiß ich zum Glück, dass es hier hinten nichts Sinnvolles gibt. Na, komm, komm schon. Gut, dann hab ich getroffen. Was machen die immer für komische Geräusche? Hab ich da was gehört? Ja, hast du. Wow. Ja, super, jetzt ist mein ganzes... ...ganzes Leben, was ich gerade schön erworben hatte, schon wieder weg. Warte, vielleicht hat der auch Verbandszeug oder so. Nächste ist level. Ja. Ähm, ja. Ich denke mal, wir machen dann nächstes Mal weiter. Bis dahin, tschüss. Ja.